Ah, okay, okay. Wieder die Kameraeinstellung, das geht ja, glaube ich. Und ich hab gerade gelesen, wir müssen zurück in das Zimmer, bei der wir das Bild gemacht haben und dann hier das Lager sich gezeigt hat. Oh, fuck! Äh, da war doch irgendwas im Dunkeln gerade, oder? Oder bin ich... Oder... Ne, das ist nur hier irgendwie Staub, den ich da aufwürde, glaube ich. Oh, scheiße! Drecksraum, ähm, so. Gehen wir mal hier weiter. Boah! Freaking intense, so, ähm... Das war, glaube ich, der Raum, äh... Mit der Tür, die ich meinte, oder? Ja, genau. Da müsste es dann theoretisch jetzt weitergehen, glaube ich. Äh, komm. Achso, nee. Okay, doch nicht. Moment, ich schau mal kurz nochmal nach. Äh... 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 Achso, ich... Okay. Wenn wir ein Bild von der... Von der im Kimono oder gemacht hätten, dann wäre das Siegel hier gebrochen. Ich hoffe mal, dass wir die nochmal sehen, wenn wir jetzt da hingehen. Nehmen wir mal die Abkürzung. Ich bin ja schlau. Pff! Dann merke ich mir schon, wie ernst ich das meine. Warum zögere ich auch, ey? Die stand da eine halbe Stunde da, ey. Ich hab einfach... Näh. Ich bin männlich, so. Ruhe da. Pff. Dann tragst. Sag dich nochmal, bitte. Wenn die sich jetzt nicht mehr zeigen sollte, dann wäre das natürlich schon von Nachteil. Ah, 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 ah. Wo? Ach, da. Äh... Hä? Hier? Ah! Hm? Ah, jetzt? Ach so, ja, okay. Aber da war noch gar nichts. Das geisterhafte Gefühl ist weg. Na, hauptwolli. Okay, dann können wir jetzt, äh, zurück. Alles klar. Oh, wow, 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 wow. Hm, hm, hm. Moment, ich lese nochmal ganz kurz nach... Moment, Moment, Moment. Äh, Moment, 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 ne, ne, ne. Äh, warte, Moment. Ähm. Ich sehe gerade in diesem Raum, in der wir hier ein paar Türen geöffnet haben, und ich mich dann meine Männlichkeit wieder bewiesen habe, das ist dann auch eine rote Kassette. Das habe ich aber gar keine gefunden. Na gut, ich... Egal. Wir sollen uns nicht weiter interessieren, und es könnte lang... Ne, da hinten war ein Speicher, Savepoint, glaube ich, ne? Dann werde ich den schon mal betätigen, am besten. Ich würde mal sagen, es ist ein Jumpscare, komm, wenn ich die Tür aufmache, seitdem da irgendwie... ... ein Geister direkt vor meiner... ... vor meiner Verperlung war, ey. So, machen wir ein Foto. Ich meine, es ist eine gute Idee für einen Savepoint, ja, aber ich meine, ganz ehrlich, wenn ihr in so einem Haus seid und da durchlauft, ja? Wie kommt man da bitte schon auf die Idee, sich vor einer Kamera zu stellen und einfach mal ein Bild zu machen, ey? Ich meine, ja, gut, machen wir vor, da hast du länger was davon, aber... ... dennoch. Why? Ah, ist ja vollkommen egal, wir sind froh, dass es wenigstens überhaupt Savepoints gibt, so. Kein Teil ist man mehr. Die Kraft, die die Tür verschlossen hat, ist verschwunden. Dann mach ob. Ich frage es nur, ob das Vieh, was da drin war, oder ob da überhaupt nichts drin war, jetzt auch weg ist. Ach, der... Die Spuren verheißen überhaupt nichts Gutes, ey. Äh? Okay, da scheint nichts zu... WAH! 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 Auf dem Foto ist ein anderer Ort zu sehen. Jaaa... Ein Wasserrad. Achso, das ist mit deinem Teil. Heul nicht rum! Äh... Ist mir denn ein... Talismann hier dran. Der Talismann, der die Türe verschließt, gibt mir ein merkwürdiges Gefühl. Dann trenns durch! Mann! Das soll doch Geister fernhalten und nicht drin... Ah ne... WAH! 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 Also die... Sprachausgabe hätten sie wirklich im japanischen Original lassen können. Mad-Sattle liegen auf dem Boden. Sieht aus wie ein Teil eines Notizbuchs. So. Okay! Haben wir zur Akte X gelegt. Oh! Ach, schon wieder ein Talismann, ey! What the fuck?! Auf dem Foto ist ein anderer Ort zu sehen. Das war aber, glaub ich, nicht der Raum, in dem wir gerade eben waren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die werden uns bestimmt erschließen, wenn wir hier die Treppe runtergehen. Hä, erschließen, was schliessen? Oh, ein japanischer Garten. Okay. Okay. Wird ja ein Teil von irgendeinem Notebook oder so. Auf der Treppe des Schreins liegt eine Kassette. Ah! WAH! 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 Okay. Kann man die eigentlich irgendwie jetzt einlegen? Warte, Moment. Äh... Kassette. Äh, ja. Ah! Hör mal rein! September 9, 5.40pm. The mansion was nowhere to be seen on the map, so we finally had to ask the locals how to find it. They told us that the Himuro mansion had been empty for several decades now. The same ones who told us where it was also warned us not to come here, which was quite disconcerting. September 9, 9.45pm. It seemed dangerous to walk through the mountain at night, so we decided to spend the night here and continue our work. I've been through several rooms already. Unlike the exterior, the interior is still in quite good shape. A little earlier, I thought I saw a white shadowy figure of a woman in the hallway near the entrance. I'll keep track of such sightings and publish them in a later account. ... 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